Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge über Transition, also den Prozess, den Transpersonen manchmal durchleben, um sich ihrem Geschlecht anzugleichen. Vielleicht haben diejenigen von euch, die unseren Podcast schon länger verfolgen, bemerkt, dass ich, also die sprechende Person, meinen Namen geändert habe. Ich heiße inzwischen Balthasar. Das bedeutet, dass ich zurzeit durch eine Transition gehe und darum machen wir dieses Video. Wir erklären hier nochmal, was Trans genau bedeutet und wieso manche Transpersonen transitionieren. Was ist nochmal Trans? Transpersonen sind Personen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, dem sie bei ihrer Geburt zugewiesen wurden. Transfrauen sind bei ihrer Geburt meistens männlich zugewiesen worden, sie sind aber Frauen. Transmänner sind bei ihrer Geburt meistens weiblich zugewiesen worden, sie sind aber Männer. Außerdem gibt es noch nicht-binäre Menschen, die unabhängig vom Eintrag in ihrer Geburtsurkunde weder männlich noch weiblich sind oder sowohl männlich als auch weiblich. Was bedeutet Passing? Passing bedeutet, kurz gesagt, wie andere Menschen x-tes Geschlecht wahrnehmen. Das hat sehr viel damit zu tun, wie unsere Gesellschaft Männlichkeit und Weiblichkeit versteht, nämlich sehr zwanghaft und kleinkariert. Passing ist für viele Transpersonen wichtig, um sich wohlzufühlen. Aber meistens muss eine ellenlange Checkliste von Eigenschaften erfüllt werden. Der gesellschaftlich gesehen richtige Körperbau, Brüste oder keine Brüste, die richtige Stimmlage, die richtige Kleidung, Bart oder nicht, Haarlänge, Make-up, all das muss zusammenwirken, damit eine Person passen kann. Was bedeutet Transition? Transition bedeutet Übergang. Eine Transition ist der Prozess, in dem eine Transperson sich ihrem eigenen Geschlecht angleicht. Deswegen werden die verschiedenen Handlungen auch geschlechtsangleichende oder geschlechtsbestätigende Maßnahmen genannt. Gleichzeitig ist die Transition auch ein Prozess, in dem eine Person sich selbst zu akzeptieren lernt. Viele Transpersonen verspüren Dysphorie. Das bedeutet, sie fühlen sich nicht wohl in ihrem Körper und oder mit der Art und Weise, wie sie von anderen Menschen angesprochen oder gesehen werden. Eine Transition kann also das Passing erleichtern und dazu beitragen, dass eine Transperson sich selbst wohler fühlt. Es gibt drei Ebenen, in denen X transitionieren kann. Die soziale, die rechtliche und die medizinische. Wir schauen uns die Ebenen nun nacheinander an. Vorher aber noch eine Bemerkung. In den Medien wird Trans oft definiert als Menschen, die sich im falschen Körper gefangen fühlen. Diese Beschreibung stimmt aber nur für einen Teil der Transpersonen. Nicht alle Transpersonen wollen alle von den geschlechtsangleichenden Maßnahmen, von denen wir hier reden. Manche Transpersonen transitionieren überhaupt nicht. Andere ändern nur ihren Namen und ihre Pronomen und nehmen Hormone. Und wieder andere machen das volle Programm. Alle diese Entscheidungen sind richtig und gut. Und die Formulierung Geschlechtsumwandlung ist veraltet und diskriminierend. Deswegen verwenden wir Geschlechtsangleichung. Soziale Transition Die soziale Transition ist meistens der erste Schritt und beginnt schon oft nach dem Coming Out als trans. Ein Teil der sozialen Transition ist das Ändern des eigenen Vornamens und der eigenen Pronomen. Ein Beispiel. Alex ist nicht binär und bittet deswegen Freundinnen und Familie darum, nicht mehr er als Pronomen zu verwenden, wenn sie über x sprechen, sondern das Pronomen x. Also zum Beispiel. Alex mag Äpfel so gerne, x isst mindestens zwei am Tag. Ein weiterer Teil der sozialen Transition kann auch die Änderung der Geschlechtspräsentation sein. Dazu gehören zum Beispiel Kleidung, Nagellack oder Make-up. Ein Transmann oder eine nichtbinäre Person mit Brüsten kann sich die Brüste mit einem sogenannten Binder abbinden. Dazu bieten wir bald mehr Informationen an. Für Transmänner gibt es außerdem noch Penisprothesen, die zum Beispiel dafür benutzt werden können, im Stehen zu pinkeln. Oder es einfach in der Öffentlichkeit so aussehen zu lassen, als hätte x einen Penis unter der Jeans. Viele Tipps dazu findest du in der Infobox. Medizinische Transition Alles, was über eine soziale Transition hinausgeht, ist in Deutschland durch Gesetze und Vorschriften geregelt. Bevor eine Transperson also rechtlich ihren Vornamen ändern oder eine geschlechtsangleichende Operation machen kann, braucht x zwei psychologische Gutachten. Das bedeutet, dass zwei PsychologInnen bestätigen müssen, dass die Person tatsächlich trans ist. Dazu muss jede Transperson ein bis anderthalb Jahre in psychotherapeutischer Behandlung sein. Manchmal ist das eine gute Idee, um über Fragen, Zweifel und Unsicherheiten zu sprechen. Dass es sich aber um einen Zwang handelt, wird von Transpersonen und ihren UnterstützerInnen stark kritisiert. Bevor x medizinische Schritte unternimmt, um x's Geschlecht anzupassen, ist es eine gute Idee, sich zu überlegen, ob x eines Tages Kinder bekommen möchte und dies mit x's ÄrztInnen zu besprechen. Ein erster Schritt ist dann für viele Transpersonen eine sogenannte Hormonersatztherapie. Dazu braucht es in Deutschland nur ein kurzes Schreiben des der TherapeutIn, die ja bestätigt, dass x trans ist. Bei der Hormonersatztherapie bekommen Transmänner Testosteron, beispielsweise als Gel oder Spritze. Das macht ihre Stimme tiefer, lässt einen Bart wachsen und nach einiger Zeit hört die Menstruation auf. Außerdem wird die Klitoris größer. Transfrauen bekommen Testosteron blockierende Mittel plus Östrogene. Damit werden die Gesichtszüge weicher, die Körperbehaarung weniger und die Brüste fangen an zu wachsen. Oft fordern GutachterInnen und Gerichte, die über eine Personenstands- und Vornamensänderung entscheiden, einen sogenannten Alltagstest. Der ist nicht fest definiert, bedeutet aber oft, dass x für einen bestimmten Zeitraum vollständig in x's Geschlecht leben muss, also die entsprechende Kleidung trägt, den neuen Namen verwendet und so weiter, ohne vorher medizinisch oder rechtlich transitioniert zu sein. Daran ist vieles problematisch. Zum Beispiel ist die Chance sehr hoch, Gewalt ausgesetzt zu sein. Wenn x zum Beispiel in der Gesellschaft kein eindeutiges Passing hat. Und außerdem entscheiden dann psychologische und juristische ExpertInnen, die selbst nicht trans sind und meistens auch wenig Ahnung von trans haben, darüber, was eigentlich genau weibliche oder männliche Kleidung ist und was nicht. Vor allem für nichtbinäre Menschen, die medizinisch oder juristisch transitionieren wollen, ist das schwierig, weil sie eben nicht in diese festgelegten Muster passen. Medizinische geschlechtsangleichende Maßnahmen können in Deutschland von den Krankenkassen bezahlt werden, wegen des sogenannten Leidensdrucks, unter dem Transpersonen stehen, wenn sie Dysphorie verspüren. Bei allen Maßnahmen, die keine Hormone sind, muss das aber bei der Krankenkasse beantragt werden. Aber auch das ist ein langer Prozess mit vielen Formularen und Gutachten. Für Transpersonen mit Brüsten kann eine sogenannte Mastektomie durchgeführt werden. Das bedeutet, dass in einer Operation die Brüste entfernt oder verkleinert werden. Mit einer Operation können auch der Uterus, die Eierstöcke und oder die Vagina entfernt werden. Dazu findest du weitere Informationen in der Infobox. Wenn x Testosteron bekommt, fängt die Klitoris an zu wachsen. Es gibt dann die Möglichkeit, die Harnröhre in die Klitoris zu verlegen, sodass ein kleiner Penis entsteht, mit dem x auch im Stehen pinkeln kann. Es ist auch möglich, einen Penis aus der Haut am Unterarm oder Unterschenkel zu formen. Allerdings ist diese Operation sehr risikoreich und wird deswegen seltener durchgeführt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen künstlichen Hoden aufzubauen. Für Transfrauen gibt es die Möglichkeit, den Penis zu amputieren, die Hoden zu entfernen und eine künstliche Vagina anzulegen. In der Infobox findet ihr ein animiertes Video, in dem das gezeigt wird. Außerdem kann der Bart dauerhaft entfernt werden und durch spezielles Training kann die Stimme eines Menschen höher gemacht werden. Transkinder und Transjugendliche haben die Möglichkeit, wenn ihre Erziehungsberechtigten zustimmen, Medikamente zu bekommen, die ihre Pubertät aufhalten, damit sie sich, wenn sie alt genug sind, entscheiden können, welche Maßnahmen sie selbst ergreifen wollen. Manchmal bekommen Transjugendliche auch schon die Hormone während der Pubertät, damit sie die Pubertät im richtigen Geschlecht durchmachen können. Damit ist ihr Passing als Erwachsene später viel besser. In Deutschland gibt es das sogenannte Transsexuellengesetz, das bestimmt, wie X seinen Vornamen und seinen Personenstand, also den Geschlechtseintrag im Reisepass und in der Geburtsurkunde, ändern lassen kann. Es gibt dabei die Unterscheidung in die kleine und die große Lösung. Bei der kleinen Lösung wird nur der Vorname geändert, bei der großen Lösung der Vorname und der Geschlechtseintrag. Da diese Änderungen oft langwierige und komplizierte Prozesse sind, kann X sich von der Deutschen Gesellschaft für Trans- und Intersexualität einen sogenannten Ergänzungsausweis ausstellen lassen, in dem schon der richtige Vorname und das richtige Geschlecht stehen. Dieser Ergänzungsausweis wird auch vom Bundesinnenministerium anerkannt. Momentan kämpfen AktivistInnen dafür, dass es diese Möglichkeit auch für nichtbinäre Geschlechter gibt. Den Vornamen zu ändern, ist ein gerichtliches Verfahren beim Amtsgericht. Dazu muss X einen Antrag stellen und zwei Gutachten von zwei verschiedenen PsychiaterInnen vorlegen, die vom Gericht bestimmt werden. Diese Gutachten sind aber sehr teuer. Deshalb kann X beim Gericht beantragen, dass die Kosten teilweise übernommen werden. Momentan ist nicht ganz geklärt, wie das Verfahren für Änderung des Geschlechtseintrags in Deutschland aussehen soll. Oft ist es aber gleich wie das der Vornamensänderung. Deswegen kann X beides gleichzeitig beantragen. Wenn der Vornamen- und der Personenstand offiziell geändert sind, kann X alle wichtigen Institutionen wie Banken und Versicherungen informieren. Für Menschen, die sich einen geschlechtsneutralen Vornamen wünschen, ihren Personenstand aber nicht ändern wollen, zum Beispiel weil es in Deutschland nicht möglich ist, einen nichtbinären Personenstand zu haben, gibt es ein anderes Verfahren. Dazu haben wir mehr Informationen in die Infobox gepackt. Bis 2011 gab es außerdem die Regelung, dass für eine Personenstands- und Vornamensänderung eine medizinische Geschlechtsangleichung vollzogen wurde. Das bedeutet, Transpersonen wurden gezwungen, sich zum Beispiel Penis- oder Eierstöcke entfernen zu lassen, nur damit sie den richtigen Vornamen in ihrem Personalausweis stehen haben durften. Heute ist das anders, sodass theoretisch auch Männer schwanger sein können, weil sie ihren Uterus behalten haben. Wenn ein Mann allerdings mehr als 300 Tage nach einer Personenstandsänderung ein Kind bekommt, wird diese wieder rückgängig. Das ist für Transmänner, die Kinder bekommen wollen, eine diskriminierende Regelung. Wie kannst du Transpersonen in ihrer Transition unterstützen? Du kannst Transpersonen in ihrer Transition dadurch unterstützen, dass du ihren richtigen Namen und ihre richtigen Pronomen respektierst und verwendest und dich dafür einsetzen, dass auch andere das tun. Außerdem ist es wichtig, dass du nicht einfach davon ausgehst, dass eine Transperson alle möglichen geschlechtsangleichenden Maßnahmen unternehmen möchte, sondern vielleicht nur manche oder gar keine. In aller Öffentlichkeit danach zu fragen, ist übrigens auch nicht cool. Wie du heute gehört hast, ist die Transition mit sehr viel Bürokratie und Kosten verbunden. Du kannst eine Transperson also bei Behördengängen, Briefen, Recherche und vielleicht mit etwas Geld unterstützen, wenn X das möchte. Oder X einfach die Möglichkeit geben, sich bei dir über den komplizierten Prozess auszuheulen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir doch gerne auch unsere anderen Videos an. Und wenn du findest, dass wir gute Arbeit machen, dann freuen wir uns über Spenden. Mehr dazu findest du in der Infobox. Tschüss und bis nächstes Mal! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020